Frage Die Hinrichtung des Jakobus und die Verhaftung des Petrus Wie wurde Jakobus, der Bruder des Johannes, hingerichtet? Antwort Er wurde mit dem Schwert hingerichtet. Die Hinrichtung des Jakobus und die Verhaftung des Petrus Um jene Zeit ließ der König Herodes einige aus der Gemeinde verhaften und misshandeln. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah in den Tagen der ungesäuerten Brote. Er nahm ihn also fest und warf ihn ins Gefängnis. Die Bewachung übertrug er vier Abteilungen von je vier Soldaten. Er beabsichtigte, ihn nach dem Paschafest dem Volk vorführen zu lassen. Petrus wurde also im Gefängnis bewacht. Die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott. Er beabsichtigte, er beabsichtigte, er beabsichtigte, aber bitte. Vielen Dank.